Wenn du Fachinformatiker-Azubi bist und bald deine Präsentationsprüfung halten musst, dann bist du hier genau richtig, denn ein ganz wichtiger Faktor dafür ist die Zielgruppe. Warum die wichtig ist und welchen Fehler du bei deren Auswahl nicht machen solltest, das zeige ich dir jetzt in folgendem Video. Warum denn überhaupt eine Zielgruppe, ist vielleicht die erste Frage, die du jetzt stellst. Manche IHKs verlangen das für einen Auszubildenden, dass er sich eben für eine Zielgruppe entscheidet und die zur Präsentation nennt. Dazu zählt zum Beispiel die IHK in Reutlingen, also Baden-Württemberg, andere stellen dies dem Auszubildenden frei oder verlangen es zumindest nicht ausdrücklich. Falls eure IHK das ebenfalls tut, dann ist klar, dass das eine Anforderung ist, die entsprechend mit Abzug bestraft wird, wenn ihr es nicht tut. Aber selbst wenn es nicht ausdrücklich verlangt wird, ist es für einen guten Vortrag essentiell, dass man sich darüber Gedanken macht, welches Zielpublikum hat man hier vor sich. Denn anhand der Zielgruppe entscheidet ihr, welche Inhalte ihr präsentiert und in welcher Ausführlichkeit. Bei einem erfahrenen Entwickler müsst ihr technische Details nicht unbedingt so ausführlich erklären, weil der ja schon ein gewisses Grundverständnis besitzt. Bei jemandem, der jetzt eher in der kaufmännischen Ecke zum Beispiel unterwegs ist, da würdet ihr die technischen Details vermutlich gar nicht erst reinnehmen, sondern das Ganze ganz anders erklären, damit der es auch versteht. Genau das ist einer der Aspekte, den die IHK oder die Prüfer von der IHK bei der Präsentation bewerten möchten. Im Kern geht es nämlich um zwei Dinge. Zum einen soll die fachliche Kompetenz aus der Projektarbeit geprüft werden, also ob ihr euch mit dem Thema und auch mit IT allgemein wirklich auskennt oder vielleicht nur einen Ghostwriter beauftragt habt, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Aber der zweite Aspekt, den die Prüfer sehen möchten, ist eben, dass der Azubi zeigt, dass er Probleme und die erarbeiteten Lösungen für eine bestimmte Zielgruppe entsprechend darstellen kann. Die Zielgruppe selber ist dabei gar nicht so wichtig und die wird auch nicht gewertet, solange sie eben nicht den IHK-Richtlinien widerspricht. Was aber sehr wohl bewertet wird, wie gut eure Präsentation auf die Zielgruppe, die ihr gewählt habt, angepasst ist. Bei der IHK Reutlingen zum Beispiel haben wir drei Kriterien für die Präsentation und einer davon ist zielgruppengerechte Darstellung mit einer Gewichtung von 1,5. Die anderen beziehen sich auf die Methodik, also die Struktur, die Vorgehensweise, ob das einen roten Faden hat und natürlich wie er präsentiert, also passt der Satzbau, ist die Ausdrucksweise angemessen und so weiter. Hier ist es von Vorteil, wenn man sich gut ausdrücken kann, das ist aber eher was Allgemeines und hat jetzt mit der Zielgruppe erstmal nicht so viel zu tun. Ist die Zielgruppe Prüfungsausschuss dann nicht perfekt? Das könnte man auf den ersten Blick denken, denn ihr erstellt ja die Präsentation nur für diese Prüfung, damit ihr besteht und hoffentlich eine gute Note bekommt für euren Abschluss. Doch das hat Tücken, wie mein ehemaliger BWL-Lehrer in einem Beispiel veranschaulicht hat, denn er sagte, bei dieser Zielgruppe würde er das tiefste Theoriewissen aus seinem BWL-Masterstudium hervorkramen, um damit Fragen zu stellen. Das ist sicher ein Extrembeispiel, aber es zeigt das grundlegende Problem. Ihr kennt nämlich den Großteil des Prüfungsausschusses nicht. Somit ist er eine schwer zu definierende Zielgruppe, mit der ihr euch im Zweifel eher selber eine Falle stellt. Manche IHKs schließen daher die Zielgruppe Prüfungsausschuss explizit aus und fordern eine reale, existierende Zielgruppe. Wer das dann trotzdem missachtet, der hat also nicht bloß sich eine potenzielle Falle gestellt, sondern für einen garantierten Abzug gesorgt. Aber selbst wenn es bei euch erlaubt ist, warum solltet ihr euch selber damit unnötige Überraschungen bereiten? Es ist sinnvoller, die Chance für eine Zielgruppe zu nutzen, die möglichst sauber definierbar ist und zu euren Stärken passt. Damit zeigt ihr zum einen die Methodik, die ja die Prüfer in der Prüfung sehen möchten. Aber natürlich wird eure Präsentation auch automatisch besser, wenn das Themen sind, die euch liegen, mit denen ihr euch auskennt. Also zum Beispiel eher technische statt BWL. Grund Nummer drei ist das Fachgespräch. Das folgt ja nach der Präsentation. Und zwar können hier die Prüfer grundsätzlich alle möglichen Fragen zum gesamten Lehrplaninhalt stellen. Aber üblicherweise werden sich die meisten Fragen mehr oder weniger direkt auf das beziehen, was ihr eben zuvor präsentiert habt. Über die Wahl der Zielgruppe und den Inhalten eurer Präsentation habt ihr somit indirekt Einfluss darauf, in welche Richtung die Fragen im Anschluss wahrscheinlich gehen werden. Und auch bei den Fragen werdet ihr wahrscheinlich einen besseren Eindruck abgeben können, wenn die zu Themen gestellt werden, die euch eher liegen. Welche Zielgruppen sind denn nun besser geeignet, als den Prüfungsausschuss zu wählen? Ich selbst habe für meine Abschlussprüfung, die sowohl schriftlich als auch in der Präsentation jeweils mit 100 von 100 Punkten bewertet wurde, mich für die Zielgruppe Leiter der IT-Entwicklungsabteilung entschieden. Kurzum waren die Argumente, dass man hier ein entsprechend zu diesem Grundwissen voraussetzen kann und sie inhaltlich vielfältig ist. Also ich kann eine Übersicht über das komplette Projekt geben. Aber trotzdem ist eben dadurch, dass ich ja der Leiter der IT-Entwicklungsabteilung ist und nicht irgendeiner Abteilung, eben auch begründbar, dass der Schwerpunkt bei IT-Themen liegt. Denn da kenne ich mich tiefer aus und kann halt eben auch souveräner auf zum Beispiel Fragen reagieren, als jetzt eben bei den BWL-Themen. Ihr müsst aber nicht zwingend diese Zielgruppe wählen, um auf 100 Punkte zu kommen, denn wie ich vorher schon erwähnt habe, entscheidend ist nicht, welche Zielgruppe ihr wählt, sondern wie optimal eure Präsentation auf die Zielgruppe angepasst ist. Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Administratoren oder Entwicklern, denen man das Projekt zur Übersicht für eine Übergabe vorstellen möchte. Ebenso könnte man sich für die Geschäftsführung oder für einen Abteilungsleiter entscheiden, wodurch aber der technische Teil dann nicht mehr so sehr im Fokus steht. Das dürfte gerade in den IT-Berufen wohl eher weniger im Interesse der meisten Azubis liegen. Sich Gedanken über die Zielgruppe zu machen, ist also durchaus wichtig für eine erfolgreiche Präsentation, selbst dann, wenn es die IHK nicht ausdrücklich verlangt. Ich hoffe, das Thema ist für euch klarer geworden. Ich wünsche allen, die dieses Jahr oder jetzt in den nächsten Wochen, gerade hier bei uns in der Umgebung, da dauert es noch wenige Wochen, bis eben die mündlichen Prüfungen und die Präsentationen beginnen, da wünsche ich allen viel Erfolg und verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.